mh Leute, ich bin ein Idiot Oh, ich muss ja was erzählen Vielleicht habt ihr es gestern zu nem Ballet-In gelesen, aber ich war gestern so schlau und hab aus Versehen mein Unreal Safe State überschrieben Ich hab nämlich, ich war im Menü, wollte das neue Spiel laden, hab aus dem Spiel speichern gedrückt Ja, und dann war dieses coole Anfangsszenario da, wo man diese Fluganlage vom Schloss gesehen hat mein Speicherstand Scheiße, wahr? Oh, da lösche ich erstmal mal ein Save-State, ey. Mann, bin ich gestern ausgerastet, ey. Aber ist ja auch egal. Ich habe jetzt ein neues Spiel gestartet und ich habe mich gleich hierhin gecheatet, sage ich mal. Man kann nämlich die Maps wieder hercheaten. Und ich habe mir dann auch alle Waffen wieder gecheatet und alles mögliche. Allerdings sind jetzt meine Waffen und meine Munition, äh Waffen, Munition und Leben so ein bisschen anders halt, ne. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem ein bisschen drüber hinweg und, ja, war ein bisschen kacke. Oh, ich dachte echt zuerst, es wäre verloren. Ich hätte Fliegege weg. Und ich musste alles wieder nochmal von vorne machen, aber... Ah, zum Glück. Zum Glück kann man es bieten. So, aber im letzten Part sind wir hier beim Sunspire... Satteln und Baus. ...bam Sunspire stehen geblieben. Oh, da habe ich mich erschrocken. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal rein und, wie gesagt, ich will hier eines Dings machen. Hier bin ich falsch. ...einen Speedrun machen hier durch. Oh, dieser Grauen vor dem Mocke. Wow. Betreibt mal nicht. Bam. 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 Oh Mann, ey. Warum ist das Spiel eigentlich so gruselig? Ich muss gerade mal gucken. Also. Wir wissen das ja nicht genau. Hier war die Bibliothek. Ähm. Ach, eine Rüstung. Gut. Bei einer Rüstung kann man sich nicht cheaten. Ich war mir sicher. Ich hatte vorher eine. Oh. Die Munition will ich haben. Chichi. Das ist die Munition für die nächste Waffe... Für die übernächste Waffe eigentlich. Oh mein Gott! Aber egal. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach stumpf hochgehen. Oh, Entschuldigung, meine Leute. Okay, ich muss mal ganz kurz... Äh. Warte mal kurz. Bleh. Ich musste gerade kurz mal eben meine Nase hochziehen, weil irgendwie ist... Ist die schon wieder gelaufen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Welchen nehmen wir? Ich weiß, wir müssen hoch. Nehmen wir mal den. Oh. Genau, Leute. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich war gestern so sauer... ...dass ich ein neues Spiel angefangen habe. Habe einfach stumpf alles ausgewählt. Ich... Wow, übertreibt mal nicht. Ich heiße jetzt nicht mehr Leon. Obwohl, doch Leon heißt ich noch. Ähm. Aber ich bin jetzt auch zu sehen, den Frauen-Skin... Überdehung. Bei der Gelegenheit kann ich mir mal was Witziges zeigen. Nämlich, kann ich euch einen lustigen Cheat zeigen, den ich rausgefunden habe. Oh, ich sage mich verschrieben. Scheiße. Ne, habe ich doch nicht. Warte mal so. Du. Das ist nicht witzig. Kann das dann... Oha! Oh, na klar. Jetzt kommt da einer, ey. Scheiße. Der muss den wohl so besiegen. Das habe ich verdient. Ich scheiß Cheater. Oh. Abgeschotten. So. Okay. Machen wir wieder ganz schnell rückgängig. Scheiße, ey. Da kam dann einer. Egal. Davon lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen. Ne, hier ist un... Hier wollen wir gar nicht hin. Ich weiß noch, wo wir hin müssen. Oh, scheiße, ey. Den Raum finde ich jetzt nicht. Ich weiß, wie der Raum aussieht, aber ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Ey, jedenfalls habe ich dann eine Frau genommen. Voll lauter Aggression. Wir tun einfach so, als wenn ich immer noch der Mann wäre, okay? Also. Als wenn ich der coole, blaue, süchtige da wäre. Vielleicht kann man ja auch eben den Skin mit dem Cheat ändern. Ich gucke mal. Ja, ja. Ich cheate nur. Ich weiß. Genau, hier müssen wir hin. Das ist der richtige Raum. Wollte ich gerade mal gucken, ob hier irgendwas ist? Nein. Oh, doch. Schönen guten Tag. Okay, denk ans Sterben. Du Arschloch. Tod. Müssen wir hier rein schwimmen. Schwimmen. Vielleicht könnt ihr euch auf den geilsten Grafik-Bug aller Zeiten vorbereiten. Wenn ich immer da doch hier gucke. Kann man irgendwie ganz, ganz, ganz komisch durch die ganzen Etagen gucken. Ist auch egal. Oh, und hier kommen neue Gegner. Die ultra, ultra nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Die verdammten Spinnen. Die so nerven. Sind zwar recht schnell tot, aber sie nerven so. Ähm. Oh, noch einer. Störe. Das ist übrigens, äh, kann ich euch mal ein bisschen Hintergrundwissen geben. Das ist übrigens, diese Spinnen, das sind die, äh, Nali, sag ich schon. Die Scar-Babys sozusagen. Die werden so als komisches Spinnenviecher geboren und werden dann so komisch eklig später. Aber egal. Oh, und das fände ich hier so fies. Eigentlich kommt man ja von hier, ne? Denkt, geht sie hier rein. Oh, hier ist ja nichts. Geh ich wieder raus. Aber hier ist noch ein zweiter Gang. Oh, man rät die ganze Zeit diese ekligen Geräusche. Ich glaube, wir sind überall diese ekligen Viecher drin. Deswegen ignorier ich das mal. Ah, genau. Und hier kriegen wir jetzt die letzte Waffe, obwohl wir die vorletzte noch gar nicht haben. Recht witzig. Oh. Ich hör dich, du scheiß Spinne. Fäck. Aber scheiße, jetzt hab ich, jetzt hab ich mich selber getroffen durch die blöde Dings. Den kann man voll verschieben, ne? Voll witzig. Ähm. Das Ding kann aus. Die sammeln wir noch ein. Und hier ist jetzt, machen wir wieder an, irgendwo ein Schalter hier. Jetzt öffnet sich das Ding und da ist dann die, wie gesagt, vorletzte Waffe drin. Die Minigun. Oh, volle Munition. Die funktioniert ungefähr so. Cool, ne? Ich hör mir kurz viel Licht an. Oh Gott. Nein, die ist leer. Gut. Jetzt sind wir eigentlich schon gleich draußen. Wie gesagt, ich kenne ja den Weg. Das Level ist eben so süchtig verwirrend. Ich check den Sinn nicht. Boah. Mann, die haben echt ne KI. Dass es da sowas damals schon gab. Bemerkenswert. Nein, ich mag das Spiel. Ähm. Auch wenn es manchmal sehr düster ist und ich, ich, um ehrlich zu sein, gar nicht immer Lust habe, das Spiel zu spielen. Was willst du denn, du Sau? Hör auf zu schieten. Oh, scheiße. Super Backung. Scheiße, ich will rauf. Hahaha. Das ist ganz komisch, dass ich so lang geslidet. Das sah ganz komisch aus. Okay, ich nehme meine An... genau die. Hey. Du musst mich verarschen. Oh Gott, nee. Jetzt muss ich gerade nochmal wieder überlegen. Ich glaube, wir mussten... ...zurück... ...und noch weiter nach oben. Also war es im Prinzip viel sinnlos, dass ich hier lang gegangen bin. Sind wir hier richtig? Also ich weiß, dass ich ganz nach oben muss. Ihhh. Oh, da war noch... Ihhh. Alles voll. Meine Leben sind gerade nicht mehr so... ...die besten. Das hat jetzt gepasst. Ähm. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Okay. Bisschen habe ich noch. Warum ist das B so scheißengruselig? Bin ich überhaupt richtig? Nö, warum auch nicht? Also nee, ich muss ganz nach oben. Wie gesagt, den genauen Weg weiß ich leider nicht mehr. Aber den groben. Den bin ich schon mal gegangen. Ich weiß nicht, welche wir nach oben nehmen müssen. Oh. Ah ja, genau hier. Das kenn ich noch. Äh, hier müssen wir nicht hin, aber... ...hier ist noch allerlei Boni und ich will mir eben kurz zwischenspeichern. Fällt mir gerade so auf. Ja, da war ja der Eingang, ne? Genau. Scheiße, wie lange habe ich ihn jetzt aufgenommen? Warte mal, nee. Zehn Minuten müsste ich ungefähr haben. Bisschen weniger, glaube ich. Na, was willst du denn? Oh nein, der hat einen Raketenwerfer. Oh scheiße. Oh, natürlich! Oh, wie viel zieht das denn ab? Ich hoffe mal, hier oben ist irgendwie so ein Megaleben oder so. Oh, hab mich vor allem abkacken hier, ey. Gibt's ja gar nicht. Ein Megaleben würde sich hier jetzt sehr gut eignen. Oh! Ähm, ich glaube... Oh, falsch. Oh, jetzt. Scheiße. Watz. Watz. Zack. Oh, oh. Mit einem totalen Abschmieren. Scheiße, soll ich speichern? Soll ich speichern? Ja. Und jetzt zur Not muss ich halt zurücklaufen. Da waren ja noch ein paar Leben, die ich mir mitnehmen kann. Lieben. Ihr seid scheiße. Ja, ich hab' ich gesehen. Ah, ich glaube, wir sind hier richtig. Nein, doch nicht. Naja. Es kann ja... Wir können ja... Oh, nein. Vier leben! Ich werd' die Bude rocken. Hoho! Einer, wie ich mich hier durch... ...quäle, sag' ich mal. Gut. Muss ich wohl... Na, scheiße. Muss ich wohl zurücklaufen. Kein Problem. Aber da waren ja noch ein paar Leben. Ich glaube, wir müssen hier eh nicht hin. Scheiße, dann geb ich erstmal voll an, dass ich ihn will kennen und ich kenn' ihn doch nicht. Komm, der Typ jetzt. Ich hasse dich. Ähm, scheiße. Warte mal. Den überrasse ich jetzt. Du. Ist hier gar nicht. Na, hier war der. Mann, ey, die gehen knapp vorbei. Ey, das ist so richtig kacke. Verdammt. Irgendwie muss ich den überraschen. Eigentlich würde ich am liebsten den nehmen. Ich hab dich gesehen, mein Lieber. Oh, Maus abgesch... Hab ich das gesehen, ganz komisch gedreht eben. Stirb. Stirb. Nein! Wir sind beide gestorben. Scheiße. Das muss ich doch schaffen. Mann, ey. Kann ja so schwer sein, ey. Ja, nein. Wieso lebst du denn noch? Wieso lebst du noch, du? Ich hasse dich. Ja, Leute. Hier komm ich wohl nicht mehr durch. Oh, jetzt hab ich wieder... Oh. Ach ja, das war ja gleich hier jetzt. Ich hab völlig vergessen. Zwei Leben. Verarsch mich doch nicht. Ne, ich speichere jetzt nicht. Ich geh mal weiter. Aber ich speichere nicht. Oh, ist das kacke. Meine ganzen Nali-Fruchtsamen hab ich ja durchs... äh, Dings auch verloren. Durch diesen Neustart. Oh, kacke. Klopapier. Hä? Von hier kam ich doch. Oh, Mann, ey. Ist das doof. Ist das einfach nur doof. Ein paar Leben sind hier ja... 52. Ja, komm. Das geht. Ich möchte mal in diesem Part gerne noch den Sonnenturm beenden. Damit ich so einen schönen Part hab. Ich geh einfach mal hier hoch. Oh, ja. Das ist der Richtige. Oh. Guten Tag. Achso. Bin ich wieder hier? Achso, achso, achso. Sag das doch gleich. Ihr wisst auch, wo ich bin, ne? Da, wo ich eben... ein ganzes Kugelhahn überlebt hab. Ach. Oh. Frei nach hinten gefetzt. Okay. Weiter nach... Weiter nach oben. Hier drauf speichere ich mal kurz. Hier sind wir wirklich richtig. Genau, der lange Fahrstuhl. Ich erinnere mich noch. Hohohoho. Ich find's witzig. Ah, schön. Schön. Noch mehr neben? Ne. Oh ne. Taschen ab. Schön. Genau. Jetzt müssen wir. Genau, genau, genau. Hier will man eben vorgehen, die alle töten. Schon mal? Ich will die uns gleich nicht zur Last fallen. Scheiße, neben. Ich will die uns hier gleich nicht zur Last fallen. Oh, scheiße. Okay, hier ist alles voll. Und da weiter überleben die ja schon Zweitschlüssel. So in der Quatsch hier. Päff und Päff. Guten Tag. Ich hasse die. Ich hasse sie, wollte ich sagen. Ich hasse sie. Schleiße daneben. Nicht mal geschlossen. Kann ich dann daneben ziehen. Ich hab ihn gerade selbst getroffen, ne? Nur damit ihr es wisst. Oh, ich könnte jetzt hier lang balancieren und mir du bist schwul. Ich könnte mir jetzt ein Mega-Leben holen, das weiß ich, aber vielleicht ist das nötig. Ne, ich will hier raus. Das ist der Sinn. Das hab ich früher auch nicht gerafft. Allgemein, äh, dieses Level hier hat ewig gebraucht. Sollen wir diesen Kleider hier drücken. Kommt so ein sexy Diamant hier gleich hoch. Oh, da ist noch ein Leben. Das will ich haben. Oder was auch immer das ist. Irgendwie eine Rubin. Was weiß denn ich? Das müssen wir ganz schnell lang rushen. Ja, ganz schnell nicht unbedingt, aber wir sollten uns schon beeilen. Gehen hier hoch. Wo ist das wahrscheinlich ein Freak erwartet. Was sehen wir? Von da oben. Dich mag ich nicht. Kommt jetzt zum... Ey, wieso lebst denn du noch? Jetzt können wir da rein. Ach, und da schließe ich das Ding. Ich speichere kurz. Äh, gehst du mal zu? Ah, danke. So, Leute. Und hier beende ich den Part für heute. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich glaube, der Part hat eine leichte Überlänge. Ähm, warte mal. Ja. Hat bestimmt ein bisschen Überlänge. Gut, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bei Let's Play Unreal. Tschüss.